Hallo meine lieben Gnudis zu einer neuen Folge! Nochmal danke für den super tollen Stream gestern Abend. Hat wirklich viel Spaß gemacht mit euch. Wir haben Black Ops 1 gezockt, aber leider habe ich das neue Call of Gnudi nicht mehr bekommen. Oh, das ist sogar das letzte. Es war einfach ausverkauft, es war leer. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe wirklich darum gekämpft. Aber am Ende war alles umsonst. Deswegen musste ich mir leider Call of Gnudi für die Xbox holen. Ist ja sicherlich, dass er kein Xbox zockt. Was zum... Nein, 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 nein! Nein, nein, nein! Wie geht das aus, Mann? Alter! Nein, nein, nein! Warte, warte, warte! Wollt du... Ich auch nicht, es war auch ein Unfall. Ich kann das erklären, aber er hat voll locker reagiert. Naja, nicht so locker, aber... Naja, und jetzt musste ich mir halt eben leider einen neuen Job suchen. Jobsuche war erfolgreich, die Jobs sind mega cool, aber leider darf ich nicht drüber reden, aber man verdient richtig viel Geld damit, Leute. Naja, aber die meiste Kohle mache ich natürlich mit der frisch abgezapften Genubilch. Hört jetzt sogar in die Schweiz importiert, Leute. Schmeckt richtig gut. Vorsicht! So Leute, wenn euch das Format gefallen hat, dann Hüftchen nach oben. Dann gibt es eventuell jeden Sonntag für euch zu sehen. Und nicht vergessen, schreibt unter dieses Video eure Fragen. Die würde ich dann natürlich in der nächsten Folge mit einbinden. Nicht vergessen bei der Frage ein Dugnu davor zu setzen. Wie zum Beispiel... Dugnu, hast du echt Sex-Nippel? Ja! Aber die mit Eva... Feet... F***! 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 Nein. Ich helfe Klaasch! Sie sind in der Nähe! Sie ist wusi! Ich komme für Ihr Booty! Nein! Aaaaaaahhhhhh Yo Fett, da liegt ja das neue Call of Glutti Fettmann, voll korrekt Komm Fettmann, lass uns Freunde sein Beste Freunde für immer Forever Für 20 Jahre Und noch länger Lass uns mal zocken Hey, musst du spielen? Das ist nicht dein Ernst Super!